Musik Bennet, wenn ich vier Eier auf das Pult lege und du legst noch einmal vier Eier dazu, wie viele sind es dann? Tut mir leid, Frau Adler, aber ich kann gar keine Eier legen. Hahaha Wenn deine Mutter eine Jacke für 150 Euro und eine Hose für 200 Euro kaufen würde, was würde das ergeben, Pia? Krach mit Papa! Hahaha Mensch, Tim, wieso bist du schon wieder zu spät? Tut mir leid, Herr Lehrer, ich habe von einem Fußballspiel geträumt und dann gab es eine Verlängerung. Hahaha Dennis, welche vier Wörter werden in der Schule am häufigsten gebraucht? Das weiß ich nicht. Richtig! Hahaha Deine Schrift ist absolut unleserlich. Ich verlange, dass du deutlich schreibst. Lieber nicht. Dann können sie ja alle meine Rechtschreibfehler erkennen. Hahaha Ich bin das schnellste Rechner, den es gibt. Na, das wollen wir herausfinden. Was ist 45 mal 27? 29, 893. Das ist aber falsch. Aber wahnsinnig schnell. Hahaha Mila, wie viel ist 36 geteilt durch 6? 6. Richtig. Zur Belohnung bekommst du 8 Baubons von mir. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich 100 gesagt. Hahaha Wer kann mir ein Tier ohne Knochenbau nennen? Ein Wurm. Gut. Und wer weiß noch ein Tier ohne Knochenbau? Noch ein Wurm. Hahaha Dennis, du bist zu spät. Hast du keinen Wecker? Doch. Aber wenn der klingelt, schlafe ich noch. Hahaha Tim, komm bitte an die Tafel. Zeig mir auf dem Globus, wo Amerika liegt. Hier ist Amerika. Richtig. Und wer hat Amerika entdeckt? Das war Tim. Tim. Hahaha Hahaha